Ja, dann macht es außen. Dann macht lieber die Belichtungszeit für zwei E-Merschen. Ja, das ist doch fair. Ja, ne, würde ich auch sagen. Cheap ist das Coolste jetzt. Ja, okay, machen wir. Ja, wir machen Cheap. Genau, das machen ohne Aussehen. Ja, das ist ein Jovita. Das ist ein Jovita. Das ist ein Jovita. Super. Auch du. Wieder mit Albert? Ja. Ja. Wo ist denn der... Ah ja, wo ist das? So, wo kommt Elam hin? So, und die Leine. Hm? Das hört mal jemand. Deutsch. Ja, komm, bringst du grad. Ach so. Oder so machen sie auch mal. Ja, 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 genau. Nicht so heftig und nicht so nah. Ach so. Bei anderen Tieren auch, die erschrecken da. Das sieht halt nur Schaden und nicht... Ja. Ja, das ist ja... So, und hier kommen alle zu mir, die ganzen Fotografen zu mir da raus. Hier kommt das Lichtmord, ist das auf hier? Ja, das geht. Schaut besser? Nur so wäre es auf hier, ne? Ja. Ach, das ist schwer. Wir fahren doch nicht drauf. Ja, nicht. Also, was wir jetzt haben, ich habe nach wie vor Blenderstufe 28 ISO 800. Ja. Ja. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie, du Sau. So, und hier. Jetzt. Nicht? Na, dann lass mal. Hat er schon mal gemacht? Oder dass er noch ein halbes Meter hoch war? Ja. 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 Das geht nicht. Ich nehme ihn raus. Das ist mal... Das Risiko ist immer zu hoch. Das kann der. Wenn er jetzt wahr ist, das muss es nicht sein. Nee, weil er tropft es doch echt an. Ja, ja. Der ist aggressiv. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Ja, so geht es. Ja, so geht es. Ich bin wieder weg. Das ganz gut. Ich bin wieder weg. Ja. Ja. Das ist jetzt noch alles. Genau. Ist gut. Jetzt geht es zu. Naja, wieder Kopf raus. Einmal habe ich es mal mit dem Arm. So, jetzt verraten. Moment, ich hab's. Ich werde jetzt erst mal vorlegen. Der Kapal ist vorher nicht, aber ich bleibe da. Ich denke, wir können eins mal ganz kurz sagen. Also ich muss mich mal ganz herzlich, das denke ich auch in eurem Sinn, bei der Sarah bedanken. Die hat es sehr engagiert gemacht und toll. Und dafür hat es einen Applaus gegeben. Super gut, Sarah, vielen Dank, war toll. Den Aufwand betrieben hast, dass mir die Blitzanlagen so weit dort reingetragen, da hab ich ja ein Bild zu machen. Das ist absolut super, das erwarte ich von einem Dozent auf einem Workshop, dass der auch mal erklärt, wie man so ein Bild macht. Darum geht's doch. Ja. Ja, das können die Leute ja, die wissen ja gar nicht. Wie fotografieren, spricht man das sowieso durch. Also, ich hab ja ja schon gesagt mit den Körperlandschaften, mir geht's um die Lichteinstellungen. Ganz klar. Da fährt ja die Loki auf, ne? Ja, ganz klar. Wir machen ja auch die Loki, da ist ja Moni auch registriert. Ja, mein Freund. Ja, coole Location, fand ich. Sieht man uns nicht so häufig. Ihr Workshop war klasse. Danke. Viel gelernt. Ja, Moni, haben alle schon gesagt, denn die ist auch gut. Und es war ja mein zweiter Workshop mit dir. Und ich fand ihn wieder sehr entspannt. Also trotz meiner Weiswerden, sehr entspannt. Und schon mal die Bilder noch wieder. Gerne. Super. So, jetzt unterscheidet uns jeder und dann macht man einen Satz. Da hat er auch einen Säug. Die Sada auch. Die Sada ist auch ein Autoha. Die Sada ist auch eine solche Verkaufs. Die Sada ist auch ein Autoha. Das ist auch eine solche Verkaufs. Und ich habe mich immer mit den Projekten gemacht. Die Säug.